Herzlich willkommen zu einem neuen Fundcast von sozialmarketing.de. Hier beim 20. Österreichischen Fundraising Kongress findet auch wieder eine Table Session statt. Hier hinter mir in diesem Saal insgesamt neun. Es gibt noch weitere Table Sessions, die antworten auf die Fragen wie zum Beispiel Praxistipps für mobiles Fundraising im Smartphone-Zeitalter oder Online und Fundraising. Geht das überhaupt zusammen? Von unserem Kollegen Jörg Eisfeld-Reschke, der moderiert diese Table Session. Vergissmeinicht.at, eine Chance für Ihr Erbschaftsfundraising und so weiter und so weiter. Gehälter im Fundraising, also eine wirklich tolle Bandbreite von Themen, die hier diskutiert werden. Und diese Table Sessions sollen ja wirklich anregen zu Diskussionen und nicht nur Inputs durch die Referenten. und ja, ich bin mal gespannt, was es dort so für Antworten gibt. Die werden wir in den nächsten Fundcasts hier vorstellen. Viel Vergnügen. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.